Hallo Leute, Servus! Ihr habt euch ja viel gewünscht, also machen wir es heute mal wieder. Gebt ja ein bisschen was zu talken. Wir reden über Rainer. So, nach meinem Pinkie-Video kann ich mir dann auch endlich wieder in den Kommentaren durchlesen. Du kannst es ja eh nicht lassen. Juckt. Junge, Junge, Junge. Die neuen Blogsachen, ne? Eine Sache dazu. Ehrlich gesagt finde ich, der Inzest-Engel ist viel fragwürdiger als dieser Vergewaltigungs-Engel, ne? Digga. Der Vergewaltigungs-Engel wird natürlich leichter moralisiert, ne? Kann ich verstehen. Hat mehr Druck dahinter, ne? Aber muss ich sagen, kann ich nur so semi-ernst nehmen, weil ich halt... Ey, wenn ich... Rainer called im Internet quasi eine Vergewaltigung. Die Leute nehmen es ernst, ne? Und drehen durch. Ey Leute, in der Hater-Bubble liest man Dinge auf Twitter. Wenn die jeder ernst nehmen würde, würde der SEK hier regelmäßig im Kreis laufen müssen, ne? Sag, ey, dem... Wie heißt es... Wie heißt der Hund nochmal? Dem Sto... Nicht Storos, ne? Storos ist der mit dem Sender, oder? Big Daddy Ray wurde schon gedroht, dass man das... Das ungeborenes Kind aus dem Bauch seiner Frau schneidet. So... Digga, das... Sowas nimmt doch keiner ernst, ne? Würde es Rainer sagen, würden wir das ernst nehmen, weil... Macht Bock, ne? Macht einfach Spaß. Man nimmt es ernst, um Druckmittel zu haben. So, ach so, jetzt sitze ich auch mal ein bisschen mittig. Ich kann das da nicht so ernst nehmen. Andererseits finde ich Reiners Reaktion mal wieder durchaus bezeichnend dafür. Reiners Verteidigung oder auch die der sogenannten Drachenwächter-Gruppe, die jetzt, die hat einen Text verfasst, bla 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 bla, fiktive Vergewaltigungsgeschichte in Klammern BDSM. Rainer argumentiert auch regelmäßig mit, ist BDSM? Nein, ist es nicht. BDSM wäre ja, wenn zwei Menschen, die sich kennen oder zumindest eine Fickbeziehung führen, sich absprechen, dass jetzt der eine die andere vergenussferkelt. Ist es dann noch eine echte Vergenussferkelung? Ich weiß es nicht. Die Gelehrten streiten. Ich weiß auch nicht, wie solche Absprachen aussehen, weil ich nicht in solchen fairen Foren unterwegs bin, um mir einen zu keulen. Ich kriege noch einen bei normalen Videos hoch. Rainer hat diesen Punkt leider überschritten. Der muss sich irgendwas mit Tieren oder BDSM angucken, damit der überhaupt noch was mitkriegt. Leben ist rough. Das war jetzt eine miese Mutmaßung, aber ist mir egal. Ist mir einfach egal. So, also, Rainer redet halt immer von BDSM. Klingt gut. Ich kann mir vorstellen, dass die sich sowas absprechen, wie so, ey Schatz hier, ich will mal vergenussferkelt werden. Ja, cool. Ich wollte auch schon immer mal mich dazu zwingen. So ist es überhaupt noch zwingend, keiner weiß, ne. Und dann ein bisschen fesseln und hier mit Code-Wort, ne. Das sind die Sachen, die man so aus Funk und Fernseher kennt, ne. Dass da ein Code-Wort gibt. Der eine sagt dann irgendwann Ananassscheiben. Oh nein, jetzt muss ich aufhören, bla bla bla, ne. Das wäre ja dann BDSM-Kontext, ne. So. Aber sollte jemand im Mittelalter gelebt haben und die Gebräuche und die höhere Stellung seiner sozialen Kaste dazu ausnutzen, eine Frau gegen ihren Willen zu vergenussferkeln, dann hat das nichts mit BDSM-Kontext zu tun. Das ist von Rainer eine maximal hohle Ausrede. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, ne. Das ist so diese, aber sie wollte es doch auch. Argumentation, die kennt man ja sonst auch aus gewissen Kreisen, ne. Die kommt quasi direkt nach dem, aber sie hat ein Minirock getragen, Argument, ne. Alles unfassbar gute Argumente. Macht auch maximal Sinn. Nach der Logik könnten wir uns doch gegenseitig schnauzaunen und sagen, der andere wollte sich aber auch prügeln. Der hat ja zurückgeschlagen. Ja, okay. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Die Inzest-Geschichte wiederum, die ist halt absolut weirder shit, ne. Ich weiß auch nicht, wie psychologisch relevant sowas ist und wie man da rangehen sollte. Ich habe die auch nicht komplett gelesen, ehrlich gesagt. Die Vergenutztferkelung im Mittelalter, die haben wir auf dem Discord gelesen. Also ich habe sie mir vorlesen lassen. Ihr wisst, wie ich lese, Alter. Oh, war das gerade ableistisch? Oh, ich bin ziemlich sicher, war das gerade ableistisch. Gott damn, Alter. Was ist mit mir? Warum muss ich so ein Arschloch sein, Alter? Oh man. Juckt. Naja. Boah, das war auf jeden Fall alles wieder sehr wild. Und jetzt, kurz bevor ich diese Aufnahme gestartet habe, hat er sich doch tatsächlich auf X-Videos, X-Video, X-Videos, keine Ahnung, einer X-Hamster-endlichen Seite. Das X markiert ja schon, dass diese Seite fragwürdig unterwegs ist, ne. Dass ich da auch noch einen Account gemacht habe. Warum zur Hölle tut er das, ne. Eine Frage, die mir seit Monaten, die mich seit Monaten nicht loslässt, die wir auch jetzt schon öfter in der Telegram-Gruppe diskutiert haben, die einfach, ich muss keinen neuen Mittelalter machen, das ist nicht aushaltbar. Irgendwo Dachgeschoss leckt mich am Arsch, ne. Wieso? Wieso setzt Rainer auf, durchgehend auf die falschen Pferde, ne. Nummer 1, also, was ich damit sagen will, ist, wieso gibt es kaum Content auf YouTube, ne. Die, äh, wie heißen die paar Podcaster, ich gucke jetzt mal, schlagt mich gern tot dafür, aber ich gehe jetzt mal auf Drachenlord selber. Will gucken, was er für Klickzahlen hat. Junge, also mein Algorithmus ist immer, wenn ich Drachenlord eingebe, wird mir Rocksau vorgeschrieben, alle anderen, sogar Dilltilly, Tobi Hiver ist 80, hat gar nichts mit Drachenlord zu tun, aber okay. So, jetzt kommt mal langsam der Kanal, so. So, diese, diese Dinger haben so, ja maximal 21.000 Aufrufe, das sind schon peinliche Zahlen für seine Größe, ehrlich gesagt, ne. Aber mit 21.000 Aufrufen kann es sein, dass er so ungefähr schon 120 Euro gemacht hat, ne. ich zum Beispiel, ich kann euch Real Talk sagen, ich kriege 6 Euro für 1000 Klicks, ne. Das geht sogar noch viel höher, wenn man mit Werbung mehr übertreibt und so weiter, ne. Ich weiß, ich weiß, ich habe manchmal mit Werbung übertrieben, Leute, aber ich hoffe, ihr glaubt es mir, es war ehrlich gesagt einfach keine fucking Absicht. YouTube, wenn man bei YouTube nichts einstellt, dann stellt er selber die Werbung ein und Junge, dann eskaliert es. Ei, 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 dann eskaliert es. Und momentan ist mein, kriege ich 7,46 Euro pro 1000 Aufrufe, ne. Ich weiß nicht, ob Rainer da besser oder schlechter ist. Ich kann das nicht abschätzen, ne. Dafür müsste ich auch mal hören, was andere da so make-en, ne. Wobei das auch nicht eins zu eins rumkommt, sehe ich gerade. Auf dem Video mit 3000 habe ich nur 17. Aber ist ja auch egal, ne. Ist auch egal. Ich bin immer so besser als in eine Holland geschissen, ne. Besser als nix, ne. So, also warum macht er nicht weiter Videos, ne. Gut, die, die Aufruf, Digga, sein Podcast ist eine Arbeit von 25 Minuten bis 28 Minuten, je nachdem, ob die Folge 25 oder 28 Minuten geht. Logische Schlussfolgerung, ne. Wieso macht er die nicht, um damit Geld zu machen, ne. Wieso streamt er nicht, ne. Jeder Spasti-Stream, äh, gibt ja Geld für ihn, ne. Gleichzeitig muss man noch dazu sagen, er hat ja noch die Mitgliedschaften, ne. So, wir sehen ja gar nicht unbedingt alles, was an Geld rumkommt. Wir sehen nicht, äh, so die Mitgliedschaften, die wollen ja auch bedient werden, sag ich mal, ne. Wenn ich auf Twitch zwei Roboter nicht streamen würde, würden meine Mitgliedschaften ja auch in den Keller sinken, ne. Logischerweise. Wieso verlagert er alles von YouTube weg, ne. Das ist auch eine Sache, mir ist es letztens noch mal aufgefallen, manchmal hat Rainer in seinem Leben, wurde er von Hatern zu positiven Entscheidungen gezwungen, ne. Damals als der, ich glaube, der Hacker Zero-D, ich glaube es war Zero-D, hat ihn ja von YouNow runtergepöbelt, ne. Im Prinzip, das, kein Hate an Zero-D, der kann das ja nicht wissen, in welche Richtung das alles geht, ne. Im Prinzip hat er ihm aber damit einen Gefallen getan, weil er es dadurch Rainer gerafft hat, dass es mehr Sinn, also, sagen wir mal so, YouNow war von Geld her hier, ne. YouTube war zu dem Zeitpunkt von Geld her hier, ne. Aber YouTube hat höheres Wachstumspotenzial, weil, wenn wir mal ehrlich, YouNow ist ein Dreckskleines Kackspass, die Seite, ne. Aber, Rainer hat den momentanen, das momentane Geld gesehen und dachte, das momentane Geld ist wichtig und hat sich deswegen nie zu dem Sprung auf YouTube überwunden. Dann wurde er von Zero-D dazu gezwungen, hat auf YouTube gesetzt und ist seitdem halt auch massiv gewachsen, ne. Würde er einfach kontinuierlich weitermachen, würde er auch weiter stark wachsen, ne. Aber, er hat halt immer diese Phasen, ne, weil er, also, Beständigkeit ist ein fucking Hater, ne, für ihn. Das kriegt er einfach nicht geschissen. Ich weiß auch nicht, warum. Gut, kann natürlich sein, dass er jetzt nicht so viele von den Podcasts hoch lädt, weil er sich denkt, so, Digga, irgendwann komme ich am Ende der Podcast-Reihe an, was dann, ne. Das ist so sein stetiges Problem, aber das behauptet er ja auch selber öfter mal, dass seine Kreativität tot ist. Ich werfe mal in den Raum, dass es sein Leben zu erzählen nicht unbedingt kreativ ist, ne. Also es ist nicht kreativ, einfach zu erzählen, was einem so im Leben passiert ist. Das hat nichts mit Kreativität zu tun, ne. Gut, man kann vielleicht darüber philosophieren, ob die Art es auszuschmücken künstlerisch wertvoll ist oder was auch immer. Aber an sich hat es nicht wirklich was mit Kreativität zu tun, ne. So, und wie, aber wo er wiederum momentan sehr aktiv ist, ist sein scheiß Pornoblog. Gut, der ist ungefähr so aktiv wie der Podcast, ne. Dann versucht er ständig auf, also ständig auf irgendwelchen Porno-Seiten, auf Oliphant und so, ne. Was ist mit ihm? Wieso? Ich verstehe auch seinen Gedankengang nicht, ne. Sagen wir mal, wir sagen jetzt einfach mal, wir stellen mal in den Raum, es gibt Leute, die unterstützen Rainer, weil, wegen, demobbing, ne. Die wollen Rainer unterstützen, weil sie es nicht gut finden, dass dieser Mann von einer Internetgemeinschaft gemobbt wird, ne. Wir tun jetzt einfach so, dass in deren Weltbild ist es wirklich so, dass Rainer ein normaler Mensch ist, dann hat sich ein riesiges Kollektiv an Hatern versammelt, wahlweise auf 4chan, Crowdchan oder wo auch immer und haben gesagt, er, ne, er. So, und dann wurde er gehatet. So ist das jetzt alles passiert, ne. So in unserer fiktiven Welt, ne. Tüdelü, wir leben hier. Friede, Freude, Eierkuchen. Jetzt bin ich so ein Typ, der Rainer unterstützen will, wegen die Hate, ne. Und ich schicke ihm deswegen vielleicht 5 Kilo Nüsschen oder so, einfach um die guten Aminosäuren abzudecken, ne. Wieso sollte ich mir aber angucken, wie der Mann wichst? Wieso sollte ich das tun, ne. Stell euch mal vor, ihr spendet Geld an eine, an eine Kinderkrebshilfe, ne. Und der Leiter dieser Kinderkrebshilfe schickt euch als Danken Dickpick. Digger, das verstörende Scheiße. Warum sollte ich das wollen? Es interessiert mich nicht. In dieser Welt, in der ich Rainer unterstütze, um wegen dem Narrativ, das er aufbaut, gibt es für mich keinerlei Anlass, ihn erotisch zu finden, ne. Was erhofft er sich davon? Meine Theorie ist, es ist die, es gibt für jeden Fetisch eine Lücke, Theorie, ne. Rainer denkt sich einfach, ey, wenn ich meinen Penis einer Frau zeige, ist eine Frau abgestoßen, ne. So. Wenn ich meinen Penis aber 50.000 Frauen zeige, dann ist vielleicht eine darunter, die sagt, das ist ein schöner Penis, ne. Einfach so, sagen wir, es ist eine Proc-Chance, wer sich mit, ähm, wer sich mit Computerspielen, so RPGs und so auskennt, Proc-Chance sind meistens so Effekte, in WoW zum Beispiel, du hast ein Dot, Verderbnis, so, der macht alle 0,2 Sekunden Schaden und der hat die Chance von 10% einen Chaos-Plitz auszulösen, den du umsonst abschießen kannst, ne. So, das heißt, wenn du, der hat eine 10% Chance auf 0,2 Sekunden Tickrate, ne, ist ein bisschen übertrieben, auf eine Sekunde Tickrate, nur 10% Chance sollte einmal alle 10 Sekunden ungefähr passieren, theoretisch gesehen, ne. Kannst du natürlich auch Lucky zwei miteinander brocken, dann geht bapapapam, ne. So, das ist eine Brock-Chance, ne, diese, und bei Rainer ist es so, Brock-Chance von 0,0000001%, dass eine Frau den Penis hübsch findet, heißt für ihn nur, ich muss dir nur genug Leuten zeigen, ne. Ich muss nicht abnehmen. Nein. Ich muss diesen Penis nur genug Leuten zeigen, Mann. Das ist die, in der Vorstellung von solchen Menschen, oder, das klingt ein bisschen herablassend, man muss, diese, es gibt diese Theorie halt, für jeden Fetisch gibt es irgendjemanden, ne. Du kannst dir nichts ausdenken, was so krank ist, dass es niemand tut, ne. Egal wie krank deine Gedanken sind, irgendwo im Internet schwirrt so ein Spaß drum, ne. Und, äh, filmt das nice. Das ist theoretisch auch richtig, das Problem ist nur, dass in Rainers Welt, dass der irgendwie davon ausgeht, dass dieses Mädel, das jetzt diesen Fetisch hat, gut aussieht, ne. Rainer könnte auch eine Freundin haben, Rainer müsste aber auch seine, äh, Anforderungen etwas runterschrauben, ne. Rainers Anforderungen sind so ein bisschen wie die von Da Vinci, 55 Kilo Latina, ne. Oder Asiatin, wahlweise Asiatin, ist egal, Hauptsache Kinderkörper. So, die darf auch so höchstens 1,50 groß sein, vielleicht besser wäre noch unter 1,45, damit sich Rainer noch größer und brachialer vorkommt. Und außerdem sieht das ja eng aus, wie er sagen würde, ne. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass ich seine Gedanken meiner Meinung nach relativ akkurat wiedergeben kann. Ah, Leben gefickt, ey. Gegner zu Rainer, Leben gefickt, ne. Also, ich hab gefickt, das Leben. Nicht so wie Rainer, der ist Jungfrau. Theoretisch, ne. Da, das ist ja auch so ein Ding, ne. Auch so eine Sache, es gibt keinen Grund mehr Rainer seiner Lügen zu glauben, ne. Also, es gab ja schon eh nie einen Grund, aber der Grund ist überraschenderweise noch weniger geworden, ne. Die Madeira-Geschichte ist zum Beispiel wieder super bezeichnend, ne. Wie er da uprantet, wie er die Leute als arrogant outcallt, weil sie ihm nachweisen, dass er Lügentun tut. Wieso? Was ist der Gedankengang dahinter, ne? Ich meine, wenn ich euch jetzt erzähle, dass ich einen 40cm-Riemen hab, also 40cm ist glaube ich so Guinness-World-Record-Shit, oder? Ne, wahrscheinlich ist es noch, keine Ahnung, aber das ist halt unrealistisch, ne. So, wenn ich euch erzähle, dass ich 22cm hab, das ist noch im Bereich des Möglichen, ne, so, dass ihr, wenn ihr es anzweifelt, erstmal missgönnerisch wirken würdet, ne, aber andererseits wäre ich auch in der Bringschuld, ne, weil jeder normale Mensch weiß, wenn du angibst, bist du in der Bringschuld, ne. Wenn ich euch erzähle, gut, jetzt kommen wir mal wieder von die Penis weg, das hier ist ja also nur Homo und alles, wenn ich euch erzähle, dass ich in 9 von 10 Fällen, wenn ich ein Messer werfe, so, flüpp, 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 ne, und dann werfe ich das zweite Messer, flüpp, 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 dann steckt das erste in dem anderen, so oben drauf, Messer 1, in die Wand, Messer 2, auch noch rein, ne, das würde ich in 9 von 10 Fällen schaffen, dann müsste ich euch das beweisen, ne, nur weil ich das sage, stimmt das noch lange nicht, ne, ich habe letztens mal wieder der 1 geguckt, da hat Rainer rausgehauen, in einem RBS, also in so einem Telefonat mit RBS, wo RBS auch so ein bisschen auf nett tut, dass er, wenn er ein Messer will, also, das meint RBS so, Schwätzkeitscheiß, du hast höchstens mal das Messer fallen gelassen, hast du noch nie ins geworfen, und meint Rainer so, ja, mal gucken, ob du das immer noch so siehst, wenn ein Messer in deinem Kopf vorbeizischt und einen leichten Schnitt in deinem Ohr hinterlässt, ja, okay, danke, ist ungefähr jede zweite Anime-Szene, ne, ist ne superklassische Anime-Szene, Typ 1 so, bla, 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 du bist gar nicht so krass, Typ 2 ist aber der krasse, macht dann irgendwie entweder einen Schwerthieb oder einen Feilschuss oder so, der den aber nur so leicht im Gesicht schrammt, ne, um nicht, der den nicht verletzt, aber der eben sofort Respekt einflößt, ne, so bla, 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 danke, danke Rainer, das kommt direkt in die 1,50 Todeszone mit rein, ne, meine Güte, gut, ist ja nichts Neues, dass Rainer Talking Points aus Animes übernimmt und dann denkt, dass er damit irgendwas geruppt hat, ach, ich weiß noch nicht, warum denkt er, dass er sowas glaubt, also warum denkt er, dass wir ihm das glauben, ich meine, wir haben den Axtwurf gesehen, gut, den hat er dann schon auch rausgerät, ich wollte nicht treffen, bla, 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 das war schon Absicht, so, ne, das war mein voller Plan, den nur so grob zu werfen und so, ja, klar, ne, klar, als ich bei Rainer übrigens nur 15 Liegestützen gemacht habe, lag das nicht daran, dass ich 130 Kilo wiege, sondern das lag daran, dass ich einfach keine Zeit hatte, die 3.000 zu machen, ne, ich hätte auch 3.000 machen können, aber Zeit ist Money, Leute, ne, ich hatte keine Zeit mehr dafür, ne, ein bisschen schade, ich hätte noch locker meine 2.985 mehr machen können, aber, was ja irgendwie ungefähr das 4.000-fache wäre gefühlt, ne, ne, das nicht, aber ihr wisst, was ich meine, ne, 200-fache von dem, was ich eh gemacht habe, aber ist ja egal, ne, ist ja egal, ich muss euch das auch nicht nachweisen, ne, keine Ahnung, weil jetzt mal frage ich mich, was hier in dem Mann vorgeht, dann weiß ich, es ist das Gähnendeleere, ha, Lule, weil ich gerade gegähnt habe, versteht ihr, ne, also irgendwie, ist auch noch eine Sache, die mir da auch aufgefallen ist, die, Rainer sagt so, Junge, ich kann Energie in einer Kugel über meinem Kopf sammeln und sie auf die Hater abschießen, nein, kannst du nicht, beweis mir das Gegenteil, weißt du, so übertriebene Szenarien, überutopische teilweise, teilweise physikalisch unmögliche Szenarien, die ihr schildert, wie seinen Roundhouse-Kick auf, äh, bla 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 shit, ne, alle wissen, dass es falsch ist, aber man muss ihm glauben, weil, beweis mir das Gegenteil, jemand behauptet aus seinem Discord, dass er eine Elektrikergesellentrieb hat, oh Gott, natürlich, warum lügst du hier so rüber, ein Gesellenbrief, Rainer, ist für die meisten Menschen nicht so schwierig, ist halt sehr zeitintensiv, weil Elektriker auch so drei bis dreieinhalb Jahre, je nachdem, ob man verkürzt dauert, ist natürlich, dauert ein bisschen länger, als, äh, sich so eine Geschichte auszudenken, Rainer, da kann man schon mal missgönnerisch werden, aber, ne, ah, bevor jemand wieder in die Kommentare rumholt, missgönnerisch ist doch safe ein Wort, oder? Ist missgönnerisch ein Wort, oder muss man missgünstig sagen? Ich denke, man kann auch missgönnerisch sagen, ich sag schon immer missgönnerisch, aber ich, ich fühl das einfach, das ist einfach, missgünstig ist noch ein bisschen heftiger, finde ich, hier missgönnerisch, hier missgünstig, ne, missgünstig will das so, wenn, wenn ich sag, ich hoffe, ich hoffe, ein Auto fährt in dein Auto rein, so, keine Ahnung, ich hoffe, du hast ein Autounfall, das ist sehr missgünstig, missgönnerisch ist einfach, ich hoffe, dein Auto sinkt im Wert, so, wisst ihr, das eine ist so ein bisschen, so, man will keine echten Verletzungen haben, aber man will einfach ein bisschen, es soll doch nicht so gut laufen, für denjenigen, ne, naja, ja, 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 was, was, haben wir noch was auf dem Plan stehen? Ja, die Inzestgeschichte, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, ne, ich, ey, also, ich kenne mich auch nicht so unter, in schwulen Pornos aus, so, hatet mich jetzt dafür, ne, in amerikanischen, Heteropornos, wiederum, gibt es ja oft dieses, Stepson, Stepmom, Schwadroniere, ne, wo du dir immer denkst, so, Digga, niemand guckt die Scheiße wegen dem, wegen dem, wegen dem Inhalt, ne, man guckt, man sucht nach seiner Lieblingsdarstellerin, dann guckt man sich die Scheiße an, wegen der, und nicht wegen dem Szenario, ne, so, aber da, da gibt es ja auch diese, Stepmom, Stepmom ist super sexy durch Zufall, ne, bla, 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 Geschichten, ne, gibt es die, in schwulen Kreisen auch, und nimmt man da nicht trotz, dem aus Sicherheitsgründen, immer den Stepdad, ich meine, es ist eigentlich in solchen Filmen egal, weil jedem normalen Mensch bewusst ist, dass die beiden Protagonisten keine Beziehung miteinander haben, ne, im echten Leben, keinerlei Blutsverwandtschaft, ne, würde man da nicht dann trotzdem, einfach nur um, weil man Angst hat, dass sonst sich Leute aus Ekelgründen nicht angucken, würde man nicht trotzdem auf Stepdad gehen, und Stepsun, weil, ich weiß es nicht, die Frage bleibt immer noch offen, warum sollte ich mir das angucken, wenn ich Mobbing unterstützen will, ne, das ist, das ist, das ist der große Endkrux, warum, kann Rainer seine eigene Kundschaft nicht einschätzen, Rainer sagt immer, bla, 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 danke für die Unterstützung gegen Mobbing, hier und da gegen die Unterstützung gegen Mobbing, mach das gegen die Unterstützung gegen Mobbing, Er verkauft sich einerseits als Messias gegen die Mobbing, ne, aber sein Content besteht eigentlich nicht wirklich aus Kampf gegen Mobbing, sondern aus Selbstglorifizierung, ne, hier erzähle ich euch mein krasses Leben, hier zeige ich euch, wie ich zocke, ne, so, sein Content und das, was er verkauft, stehen in keinerlei Zusammenhang, ne, so Leute, liked dieses Video übrigens hier gegen Rassismus, wenn ihr gegen Rassismus seid, ne, wenn ihr gegen Rassismus seid, Rassismus, und wenn ihr antifaschistisch seid, weil ihr gegen Faschisten seid, ne, oder auch gegen Antifa, ich bin Anti-Antifa, weil Antifa-Faschisten sind, meiner Meinung nach, ne, bevor irgendjemand kommt, Faschismus kann nur Recht sein, das ist nämlich die Definition davon, jeder weiß, was mit Faschismus gemeint ist, ne, sowas höre ich öfter, wirklich von, zum Beispiel, ja, ich will keinen Namen nennen, dass Faschismus per se Rechts ist, weil es als erfunden wurde, wenn wir vom Faschismus reden, dann reden wir meistens von totalitären Ländern, die mit Gewalt ihre Meinungen oder sowas durchsetzen wollen, gegen die eigene Bevölkerung, sowas, wenn wir das oft als Faschismus bezeichnen, ne, jetzt sind wir wieder in derselben Frage wie in der Cynic-Folge quasi, wenn die Mehrheit ein Wort so und so benutzt, aber die Definierung anders ist, ist, ist dann noch wichtig, was die Definition ist, ne, sowas höre ich oft davon, von Leuten, die halt auch zum Beispiel LGBTQIA unterstützen, ne, was ist, so, die sagen, dann eine Frau ist alles, was eine Frau ist, aber Faschismus ist genau das, was in der Definition steht, ne, schwierig, wenn ich darauf beharre, was Frauen wären, dann wäre Turn Up, Mutter, Vater, ne, aber andersrum, ja, ist aber auch egal, ne, man sagt einerseits, Sprache wandelt sich, aber manche Sprache, wenn es einem dann gerade ins Thema passt, dann wandelt sich Sprache doch nicht, genauso wie das Wort schwul, oder, ne, wenn jemand sagt, das ist schwule Scheiße, ne, oh, ich bin, äh, heute vom Skateboard gefallen, das war richtig schwule Scheiße, keine Ahnung, niemand meint dann, niemand meint das homophob, ne, man meint das, als, schwul ist eine 0815 Beleidigung, wie Arschloch, Bastard und so weiter, wenn ich jemanden als, wenn ich jemanden als Bastard bezeichne, macht mich das nicht zu einem christlichen Hardliner, der die Unantastbarkeit der Ehe durchsetzen will, ne, das, das wäre absolut Nonsens, ne, aber beim Thema Schwul tun dann immer alle so, als ob sich das explizit auf Homosexuelle bezieht, nein, tut's nicht, und dann so, dann so auf der ursprünglichen Bedeutung eines Wortes rumzureiten, wirkt auch nicht klug, sondern einfach geistig behindert, es wirkt komplett lost, alle wissen, dass es so keinen Sinn ergibt, also eigentlich wissen's alle, ne, manche wollen's da mit Absicht nicht einsehen, weil sie halt dann denken, damit ein Argument gemacht zu haben, ha, lul, guck mal hier, ich schreite drauf rum, was das irgendwann mal bedeutet hat, ja, toll, herzlichen Glückwunsch, zum Beispiel auch, wenn man Männer als schwul bezeichnet, dann ist der eigentliche Angriffspunkt oft, dass sie nicht männlich sind, ne, der Angriffspunkt ist nicht, dass man ihnen nachsagen will, dass sie homosexuell sind, ne, aber trotzdem, es ist auch wieder vielleicht ein bisschen zu viel Battle Rap, was ich da habe, ich muss mir das dann immer anhören, von, dass das dann, das wäre homophob, ja, ganz bestimmt, ganz bestimmt ist das homophob, naja, naja, so, heute mal eine kürzere Folge, ne, dafür, ähm, wenn ich jetzt abschweife, dann geht es nur noch nicht mehr um Drachenlorden, dann wird mir nachgesagt, dass ich die Klicks gebaitet hätte, ne, gebaitet die Klicks, he, 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 war ein schönes Ding, Leute, schreibt mir irgendwas in die Kommentare, ne, damit ihr meine Aufmerksamkeit kriegt, ne, damit Pinky euch dann nachher einen Text schreiben kann, äh, übrigens, Pinky macht wieder Content, ne, was interessant ist, Pinky macht jetzt denselben Content, den ich übrigens schon seit Jahren mache, sowas wie Funk kritisieren und so weiter, ne, ist natürlich im Prinzip könnte man mir, das macht Imp schon länger als ich, also mache ich Imp nach und, wie heißt der jetzt nochmal, äh, Pinky macht mich nach, ne, was interessant ist, weil in seinem Text ja stand, ich könnte nie versuchen, ich konnte nie so viel Liebe aufbringen, dass ich eins zu eins wie mein Idol sein wollte, ja, dann hör mich auf nachzumachen, bitte, ne, ich weiß, bevor jemand, bevor jetzt wieder so, äh, Hater, Hater kommen und sagen, was für eine arrogante, ich weiß, das ist nicht ernst gemeint, Leute, ich weiß, dass er mich nicht damit nachmacht, aber weil das, was er macht, dasselbe ist, was ich mache, natürlich können zwei Menschen unabhängig voneinander auf diesen Plan kommen, werfe ich es ihm einfach aus Spaß vor, einfach just for fun, ne, ich verstehe allgemein nicht, wieso Pinky wieder Videos macht, denn, wenn du das erste Mal dein eigenes Fleisch und Blut in der Hand hältst, merkst du, wie egal eigentlich alles ist, ja, ja, außer halt YouTube machen, ne, YouTube ist immer noch wichtiger als eigenes Fleisch und Blut in der Hand halten, ne, ja, 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 man könnte fast denken, dass das phantasielose und bedeutungslose Worthülsen sind, die er daraus getroppt hat, in seinem riesigen Text, ne, oder er macht YouTube wegen Cashflow, ne, das Wort, das er erfunden hat, oh, danke dafür, erst mal, darauf erfinde ich jetzt erstmal eine Cloud, ne, übrigens, ich habe meine Videos auf YouTube hoch, das war eine Idee, die hatte ich damals, das ist nämlich meine Idee gewesen, Videos auf YouTube hochzuladen, sollte vorher schon jemand auf die Idee gekommen sein, gilt es nicht, jeder, der es danach gemacht hat, war meine Idee, ne, Videos auf YouTube hochladen, mh, beste Leben, beste Leben, ne, ich hatte da noch, noch was gehört, so von, in den Kommentaren, so von wegen, ja, Pinki hat den Stein angestoßen, mit der Cloud, so, ne, ja, aber sagen wir mal, jemand sitzt in der Kneipe, und erzählt, es müsste mal eine Revolution geben, wieder, ne, so, reiche, hier mit Guillotine wegmetzeln, und alles, ne, so richtiger Revolutionsshit, ne, Deutschland muss mal wieder über, komplett neu gebaut werden, ne, so, das spricht jemand in der Kneipe aus, und jemand an einem anderen Tisch, der das hört, setzt das daraufhin in die Tat um, Junge, geht in irgendwelche Bierkeller, hält Reden, eskaliert des Todes, ne, sammelt eine Volksschaft an, unter anderem vielleicht sogar der Typ, der in der Kneipe irgendwann das erzählt hat, ne, er hat es auch nicht dem direkt erzählt, sondern er hat es dem anderen erzählt, und er hat nur zugehört, und hat es mitgekriegt, ne, so, und jetzt rastet er aus, der eine Typ, und macht Revolution, Wer ist jetzt derjenige, der Revolution tat, ne, der das umgesetzt hat, oder der, der lose Worthül seine Kneipe gefeuert hat, ne, wisst er selber, ne, Dega, du kriegst keinen Hack dafür, nur weil du aussprichst, dass man Sachen in der Cloud speichern könnte, ne, Dega, und das Umsetzen ist der Shit, deswegen, alle Credits an Fuddel, der, der halt die Eier hat, und das Investment, sich da hinzusetzen, und der Jädische zu sein, ja, und das, Fakt ist, dass er der Jädische ist, der die Eier hat, daher zu gehen, eine Cloud zu machen, ja, also, scheiß auf Pinky, Fuddel ist, äh, Cloudfaser, ne, der Cloudfaser, Junge, so, haben wir doch noch die 30 Minuten Folge gekriegt, jetzt darf ich Werbung schalten, Joke, hätte ich schon ab 8 Minuten gedurft, huu, Meld auf, Leute, schönen Sonntag, und.